herzlich willkommen hier zu hallo herzlich willkommen hier zu einer folge hier in der marsch werden wir den tag ja mal reparieren und waschen dann werden wir im einsetzen verkauf oder zum ausliefern von euch zum beispiel oder stroh oder ähnliches jedenfalls muss man mal kurz reparieren jetzt verkaufe ich erst mal mitfutter vom globalen markt das wir ganz gut machen wir sind geld verdienen bei anderen produktionen die laufen gerade noch also milch bier und gerste hingeliefert und die anderen muss ich gleich entschuldigung die muss ich gleich freistellen die sind fertig also ballenpressen ist fertig und das andere weiß ich nicht einmal gras mähen gras mähen ist fertig normalerweise werden wir gleich sehen war es vielleicht düngen ach düngen auf feld die wiese und die wiesen die farbe ab das soll normalerweise nicht sein gut okay das ist ja auch klar der ansprache angeausgelegt das sind alles geärte teile wurden gehärtet die messerkammer anbauen muss man auswechslungen wieder ob man die schärfen kann weiß ich nicht keine ahnung die liefern wir auch nur aus der jene bei uns weiß ich jetzt nicht genau wie hersteller ich weiß ich habe mal die messer gestrahlt für sammelwagen und für die presse probeweise mal mehr fertig aber keine wiese vergessen das könnte auch sein wie sieht man hier aus ja viel arbeit seit nun aber das wollen wir so haben jetzt können wir gleich mal rechnung fahren palace fabrik daher mein lager auch noch voll ist macht das nicht ganz gut anführungszeichen quasi geht durch das war eigentlich so gedacht nehmen wir nicht schmutzigen gleich wieso ist es eigentlich schmutzig da ist Stroh drin man gibt es doch gar nicht kämpfe ich im globalen markt oder ich lasse ihn gleich Stroh fahren für perstrik und das Heu rein Stroh ist ja recht voll muss man verarbeitet werden also Heu kann man sicherlich rein fahren ich könnte aber auch Heu fahren wir hier rein dann werden wir Heu fahren A 0 umstellen der Hof nicht Beladen Abladen Abladen Beladen Bauerei Beladen Papier Hofladen Hofstil im Laden und abladen zweite hat das kaputt ist gar nicht so einfach jetzt wollte ich überlegen mittlerweile muss ich gucken was ich über Abkürzung gemacht habe geschrieben habe wenn ich das ein paar mal gemacht habe dann habe ich es gemerkt hat sich eingeprägt ins Gehirn aber Kompassisch Ei unter Haaren oi gerade Gerste beladen ja wenn ihr über die Bauerei braucht in der Zeit ist ja auf 1 ist das Problem die Pollutionen sind zu langsam auf ja 2 auf 5 dann wäre alles für kurz mal gucken dass sie klappt auflädt heu muss auch nicht klappen normalerweise eigentlich warum nicht hat er keins gekauft hat er keins gekauft ich er heu ist da wollten uns gesagt haben gut kann es mal tun so kurz kann es mal tun so ist das warte arbeit arbeit delegieren wo kann ich sagen alles schon 6 Minuten ja das hier kein Mais angebraucht wurde so ein Ding der Arbeit noch und der ist fertig ich kann nicht gleich mitmachen hier anklassen vw kann man noch ein liegt ja auch vor der Nase ne so sieht gut aus das reicht auch ja Stroh ja ne haben wir auch bereichlich mehr wieder naja gut da wollen wir überlegen da Stroh würde ich fahren dann war der hier fertig entlassen wenn ihr alles täuscht muss auch normal gemacht werden mit dem wachsen ist der deswegen muss er hier bleiben fahrenheit vom BGH am Rand da kann er wieder beim nächsten mal starten so jetzt haben wir das gemacht gut hier an der Wiese muss auch gedüngt werden die 24 ja dann fahren wir gleich hin was soll's können wir nicht gebleiben wir müssen doch hinfahren aber das muss sein dann haben wir ein Problem so heute habe ich einen Person geschafft also ganz ehrlich gesagt das ist nun heftig heftig aber macht Spaß was ich machen muss muss jetzt bearbeiten das ist jetzt das nächste also anfangen zumindest weitere Folgen aufnehmen heute das geht nicht zeitlich gewählt und auch ja noch eine Pause daran denke ich habe mal geschafft 14 Folgen pro Karte zu machen also locker das Doppelte ist eigentlich fast unmöglich gut wenn ich jetzt gut Freitag kein Livestream gemacht habe da hatte ich ja ungefähr fünf Stunden extra noch gehabt um mir halt mich so beschäftigen das ist ja auch noch viel zeitlich gesehen fünf Stunden spiel da hast schon locker die knappe zehn folgen ungefähr da ich mit zwei rechnern bearbeitet ich dazu sagen ich habe hier im Prinzip zur gleichen zeit zwei monitore genommen eigentlich fünf oder vier damals glaube ich dann habe ich beide vor allem separat pro rechner bearbeitet also sieben und sieben und dann habe ich hochgeladen dann habe ich wiederum sieben und sieben bearbeitet also fast gleichzeitig fertig geworden gut Thumbnail habe ich damals ein bisschen einfacher gemacht nur Text von Titel Prinzip sagt ja auch nicht alles aus ich mache ein bisschen viel zurzeit denke ich mal in der Hoffnung dass einer guckt ist ja so man macht ja man denkt ja auch das besser aber das macht auch arbeit so hier sammeln wollte ich noch ach hier die mit ration klappt das eigentlich wo fährt der 3 lage raps ich werde mal durchschalten manche mal der erste ist fertig beziehungsweise ist voll ab in die mauskurs hier neun sehe ich gerade fährt der erste bin ich mich block im gras Peter ist gerade fertig station und rückweg glaube ich ich kann ja hier mal schweidevorderung zurückbringen weil was da ist heu full steht der an Traktor im Wege mit Stroh könnte sein 40.000 das passt ja fast genau so Pellets ach ey geh ja so ist das aber gut kein problem aber wenn man steht blocking ist meistens faul aber das kommt da nicht rein aber irgendwas war gewesen an alles denke ich ja auch nicht das muss ja da hinten eingeladen werden so leerpalette wird ab mehr und heute letzt haben wir so viel da 160.000 oder 1,6 millionen naja wenn das stimmt so können wir verkaufen mitration das ist gut so den fahren wir auch zurück sind auch von fahren abgekommen also im prinzip jetzt fahren wir heu stroh noch nicht stoße voll ja so viel arbeit ne aber erstmal sehen wir den zurückkriegen hier dann haben wir es auch wieder geschafft wieder eine episode fertig ja jetzt haben wir ja september fast vorbei normalerweise wäre jetzt prinzip die erste vorfreude für ls 22 aufgrund der tatsache das nicht kommt sie haben es vorgeschoben von der playstation 5 das stimmt das können nur die persönlich beantworten oder ob die vorher gewusst haben was ne krise kommt weiß man nicht krise ist ja auch rausgemacht das ist ja pille palle jedenfalls in europa jedenfalls was nun woanders ist ich sag mal so rum ich traue die nachrichten nicht wenn alle das gleiche berichten dann stimmt was nicht das müsst ihr euch merken nachrichten sind nachgelegt das ist wie die aktuelle kamera alles gewollte nachrichten ob dem guten oder schlechten hat sich das aber hingestellt aber wie vertragen die wahrheit sonst kann man schon erzählen oder zuvor haben das problem ist die provenienz hat weiterhin auskommen und alle anderen müssen mit wenig zurecht kommen und zahlen kein risiko die oberen 10.000 und das ist das ganze problem so der wäre fast sauber ohne schauer das sollte dann heute auch gewesen sein dann seid mal tschüss und tschau tschau in einer woche live stream geht es weiter ja auch verkauf heute verletzt wir sind mir verkauft schätze mal rest ball einsammeln rest dünn also was ja sehen wir weiter dann wird kommt ne tschüss und winke winke und tschüss und danke tschüss 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 tschüss